Ich hab mich nicht verliebt! Snohol! Das war nicht fair, du hast mich abgelenkt! Ich hab meinen Mund nicht mal aufgemacht! Ich bin der Malta von Flagge! Ich bin der Malta von Flagge! Jura hat eine zweite Chance verdient, Snorrit. Du hast ihn mit deinem lustigen Trick abgelenkt. Wir wiederholen das Spiel, dann werft ihr beide noch mal einverstanden? Hm, ja. Diesmal gewinne ich! Nein, ich werde gewinnen! Macht euch bereit! Auf drei nehmen wir sie fest! Wir kriegen ein gutes Lösegeld für sie, vor allem für Halbers Sohn! Eins, zwei, drei! Das wird einen entzückenden, papzenden Batzen Gold kosten, wenn er dich und die zwei Hempflinge zurückhaben will! Ein herrlicher Tag und ich singe so schön! Ein Tag wie dieser darf nie vergehen! Wenn nur das Piratenschiff wär nicht zu sehen! Was? Wo? Na, vermisst du was halber? Wo ist denn der Kleine vom großen Häufling? Ja, komm, das Fernrohr. Ups. Und wer wird mir jetzt sein ganzes Gold geben, um seine kleine Qualle zurückzukriegen? Du verratete Seegurke, wenn du meinem Vicky auch nur ein Haar krümpfst, mache ich Fischpastete aus dir. Dann komm lieber schnell mit deinen Schätzen zur Möweninsel. Du hast drei Stunden Zeit, um all dein Gold einzusammeln. Männer, Vicky ist in Gefahr. Wir müssen ihn retten. Wer hat einen Plan? Ihr könnt ja Vicky fragen. Ja. Wie ist der Plan für unsere Befreiung? Wenn doch halber hier wären. Keine Angst. Paps und die Jungs werden uns retten. Aber wir müssen bereit sein. Jure, beweg dich zu mir. Versucht ihr zu fliehen? Das könnt ihr vergessen.